Alle 10 Tage ein Donut, die Keatmeal-Strategie von Kim K. Kim Kardashian, 37, ist bekannt für ihre heißen Kurven. Die Frau von Kanye West, 41, machte ihren prallen Po schon vor Jahren zum Markenzeichen und setzt ihren Body seither ganz bewusst in engen Kleidchen in Szene. Doch von nichts kommt nichts, für ihre Traummasse schwitzt der Keping-Up-Witte-Kardassians-Star regelmäßig im GYM und hält sich an einen strikten Ernährungsplan. Kim K. Zwischendurch auch mal eine ungesunde Mahlzeit – das helfe ihr letztendlich, ihre Diät durchzuhalten. Ihr Personaltrainer habe ihr für den maßvollen Genuss sogar einen eigenen Plan erstellt, er sagt, dass man ungefähr alle 10 Tage ein Keatmeal einlegen darf. So behält man den Fortschritt, den man im Fitnessstudio gemacht hat. Da die Selfie-Queen eine kleine Naschkatze ist, esse sie an Schummeltagen am allerliebsten zuckriges, wie zum Beispiel Donuts. Erst vor kurzem bewahrt der Süßzahn sogar Dietlutscher auf seinen Sozial-Media-Kanälen. Bei ihren Fans kam die Schleichwerbung jedoch ganz und gar nicht gut an.